Hallo zusammen, heute möchte ich dir die Divi Cloud vorstellen. Die Divi Cloud erlaubt es dir, deine Website-Daten in der Cloud zu speichern und dann diese Daten, alle Assets, alles was du in Divi nutzt, quer über alle Websites verteilt, sofort nutzen zu können. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Ich bin hier auf der Seite von Divi Cloud, den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Die Divi Cloud könnte euch vorstellen wie eine Dropbox für eure Websites. Was macht man an der Stelle? Man kann sein Layout erstellen, das betrifft das komplette Layout, das betrifft aber auch einzelne Module und kann diese dann nicht nur lokal speichern, sondern auch direkt in der Cloud ablegen. Was nutzt mir das? Ganz einfach, in dem Augenblick, wenn ich die Daten gespeichert habe, kann ich dann für jede neue Website, die ich erstelle, die irgendwo liegt, sei es Kundenprojekte, sei es, dass ich mehrere Websites betreue, dass ich diese Daten dann sofort im Zugriff habe und für meine Website nutzen kann. Das ist natürlich besonders hilfreich, da ich nicht nur das komplette Layout speichern kann, also eine komplett gestaltete Seite, sondern auch nur einzelne Headers, Footers, einzelne Content-Blöcke etc. Habe ich also einen besonderen Style, den ich immer wieder verwenden möchte oder ich habe mir einmal überlegt, was es für schöne Bullet Points gibt, habe diese dann per CSS angepasst, habe vielleicht eigene Module erstellt, die ich dann in Kundenprojekten nutzen möchte, so muss ich diese nicht immer importieren und exportieren und hin und her schieben, sondern ich kann mir meine eigene Datenbank für Assets aufbauen und auf diese jederzeit zugreifen. Die Vorgehensweise ist in dem Augenblick genauso, wie ihr das bei der normalen Website kennt. Ihr startet einfach das neue Layout und habt dann die Möglichkeit, eben auch auf diese gespeicherten Daten in der Cloud zugreifen zu können und ladet die einfach in euer neues Layout rein. Damit ihr reibungslos eure Inhalte findet, können die Inhalte natürlich auch hier nach Kategorien sortiert abgelegt werden. Die könnt ihr beliebig selber anliegen und dann eure Cloud entsprechend organisieren. Besonders praktisch an der Stelle ist, dass man nicht nur die Namen hat, sondern bekommt auch immer gleich diese Layouts angezeigt, in denen man dann schön sehen kann, was sich hinter den entsprechenden Modulen, Sektionen oder auch kompletten Website Layouts verbirgt. Auf diese Weise kann man sehr schnell finden, was man eigentlich abgespeichert hat und somit noch schneller mit Websites arbeiten. Okay, im Groben und Ganzen ist das eigentlich die Divi Cloud. Hier noch einmal die wesentlichen Features. Es gibt keine Limitierung, was den Arbeitsspeicher angeht. Das Ganze lässt sich per Nutzername und Passwort natürlich speichern. Die Screenshots zu den einzelnen Layouts werden direkt in der Cloud abgelegt. Und man muss nicht mehr mit externen Websites etc. hantieren, um seine Layouts zu synchronisieren, sondern man hat alles direkt im Zugriff. Was steht auf der Agenda für künftige Updates? Nun, man kann hier die Theme Builder Templates künftig auch ablegen. Das geht zurzeit noch nicht. Außerdem kann man hier Libraries erstellen. Das ist ganz praktisch. Und auch Theme Customizer Settings dort ablegen und dann für jede Website abrufen. Wer viel mit eigenen Code Snippets arbeitet, wird es zu schätzen wissen, dass man hier Code Snippets speichern und verwalten kann. Und sogar die Theme Optionen lassen sich hier ablegen. Hat man also einmal ein Setup an Theme Optionen festgelegt, was für Websites funktioniert, mit denen man bei den Websites, auch bei Kundenprojekten in der Regel arbeitet. So kann man dies hier sofort mit einem Klick wieder reinladen und hat dann die Website startklar. Interessant ist, dass außerdem geplant ist, auch Drittanbieter zu integrieren. Also in dem Augenblick kann man Plugins etc. direkt in der Divi Cloud ablegen. Wenn man eine neue Website erstellt, kann man so das komplette Setup inklusive der Settings, der Theme Option und auch Drittanbieter Plugins zurück in die Cloud holen. Gleiches gilt dann auch für Child Themes und Plugins. Okay, das Ganze gibt es derzeit mit einem Sonderpreis. Und zwar haben wir bis zu 40% Rabatt, wenn ihr euch für die Divi Cloud entscheidet. Ihr könnt hier mit 20% den monatlichen Preis nehmen. Dann verlängert sich die Divi Cloud immer nur pro Monat. Und wenn ihr sagt, nein, ich möchte das für das ganze Jahr nutzen, dann zahlt ihr 4,80 Dollar pro Monat, habt das aber für ein Jahr Minimum laufen und es verlängert sich dann um ein weiteres Jahr. Dafür haben wir aber dann rund 40% Ersparnis an der Stelle. Mein Fazit, wenn ihr nur eine eigene Website pflegt, vielleicht zwei, drei Projekte noch dazu, wird man die Divi Cloud vermutlich nicht brauchen. Seid ihr aber in einer Agentur oder arbeitet ihr viel mit Kundenprojekten oder pflegt ihr für Vereine etc. eure Websites, kann es durchaus spannend sein, hier einmal zentral all eure Einstellungen abzuspeichern und dann jedes neue Projekt direkt starten zu können und alle Daten, die man braucht, sofort mit einem Knopfdruck zur Verfügung zu haben. Für all diejenigen ist die Divi Cloud also durchaus etwas Spannendes. Sollte dies auch für dich spannend sein, meinen Partnerlink findest du unten in der Beschreibung. Und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen mit Divi. Bis dahin, ciao, der Marco.